Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Es geht weihnachtlich weiter, denn wir wollen uns Klingenglöckchen, Klingelingeling für unser Saxofon angucken. Wir schauen uns erstmal die Noten an. Da ist ein Ton drin, den kennen wir noch nicht. Und zwar das C mit einem Kreuz davor. Das ist dann ein Cis. Ein Cis ist der schwerste Ton auf dem Saxofon. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ihr ihn hinbekommen werdet. Das C kennt ihr? Das wäre der Griff hier. Das hohe C kennt ihr auch. Das wäre der mit der Octavklappe. Das tiefe C, ja okay, das ist nochmal etwas anderes. Aber bei uns geht es ja erstmal um das C1, also das C, was hier drin ist, beziehungsweise das Cis, was hier drin ist. Und das ist ganz schwer. Wir müssen gar nichts greifen. Ja, einfach gar nichts greifen. Komplett alles offen lassen, dann erklingt das Cis. Gut, wenn wir das geklärt haben, dann steht uns nichts mehr im Weg. Ich werde euch das Lied erstmal schön langsam vorspielen. Und danach könnt ihr probieren, das erstmal nachzuspielen. Das war's Quickly. Ich werde euch das Klam Ihr wisst nicht, wie schwer es ist, langsam zu spielen, wenn man das Lied eigentlich schnell am Kopf hat, aber es geht. Dann werde ich euch das Lied auch nochmal ein bisschen schneller vorspielen. Und auch hier, ihr hört, warum ich immer sage, spielt das nicht zweimal. Es ist zu kurz, wenn man nur eine Strophe spielt. Okay, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen hoch da, kommentiert mich, abonniert mich und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao!